Herzlich Willkommen im Nationalpark Eifel. Nach der Zwangspause hat unsere Ausstellung für Sie wieder mit den geltenden Hygienevorschriften geöffnet. In unserer aktuellen Ausstellung Wildnisträume können Sie sich überraschen lassen und staunen, entdecken und forschen, begreifen und sich besinnen oder einfach eine anregende Zeit verbringen. Auf gut beschilderten Wegen können Sie die Erlebnisregion Nationalpark Eifel hautnah erleben. Herzlich Willkommen hier im Nationalpark Eifel. Der Nationalpark Eifel ist nicht nur drinnen, sondern vor allen Dingen draußen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!